Der Ersatzneubau des Umspannwerkes Rodewitz wurde am Donnerstagvormittag von Sachsen Energie feierlich in Betrieb genommen. E-Autos, Wärmepumpen und der Anstieg von erneuerbaren Energien. Damit das Umspannwerk Rodewitz diesen Anforderungen gewachsen ist, hat der regionale Energieversorger die Anlage für knapp 5 Millionen Euro ertüchtigt. Seit 2004 wurde in mehreren Bauabschnitten auf dem 1 Hektar großen Gelände gearbeitet und knapp 5 Millionen Euro investiert, um die Anlage auf die großen Herausforderungen der Energiewende vorzubereiten. Unter anderem wurden neue Leistungstransformatoren sowie eine leistungsstarke Schaltanlage im Hochspannungsbereich installiert. Alte und nicht genutzte Gebäude wurden durch kompaktere Betriebsgebäude ersetzt. Das moderne Umspannwerk versorgt 15.000 Haushalte in der Region mit Strom. Untertitelung des ZDF für funk, 2017